Erstmal möchte ich sagen, dass ich mich riesig gefreut habe, als ich eingeladen wurde, von dem Luzerner Sinfonieorchester mit Ihnen zu musizieren, mit Ihnen Schumann und Rachmarinoff zu spielen. Ich habe mich auch intensiv vorbereitet, bin mittendrin, arbeite mich Satz für Satz durch und nach vorne und jetzt hat aber leider die Zeit und der Virus uns eine Strichstückrechnung gemacht, im Mai das aufzuführen, was wir gemeinsam uns erarbeiten wollten. Und das ist sehr, sehr schade und ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für den enormen Zuspruch, den wir haben für diesen Tag. Aber wir haben einen neuen Tag gefunden. Wir haben einen Tag gefunden, der liegt etwas weit in der Zukunft noch, aber es ist ja 26. und 28. November 2021, erster Advent im nächsten Jahr. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich auch dahin, wenn Sie sich mitfreuen und vielleicht auch dann noch denken, das gucken wir uns auch dann noch an, dann würde ich mich, wäre das klasse. Aber ich arbeite weiter, ich werde vielleicht danach noch ein bisschen Zeit, noch besser zu werden oder überhaupt noch tiefer einzusteigen. Aber nichtsdestotrotz wollte ich das nur sagen, vielen Dank, dass Sie kommen wollten und wenn kommen werden, freue ich mich sehr. Vielen herzlichen Dank und viel Kraft für diese etwas sehr, sehr komplexe Zeit für uns alle. Und vielleicht hilft auch ein wenig die Musik und vielleicht hilft auch ein wenig die Vorfreude.